Jungen Moin Leute! Herzlich Willkommen zu diesem Video. Nesca Cup Series 2020 2 Predictions mit dem Rennen aus Michigan des Firekeepers Casino 400 Race. Los geht's! Heute um 1.30 Uhr live auf Sport1 Plus. Und Freitag wie immer, wenn ihr verpasst habt die Wiederholung um 20 Uhr auf Motor Vision TV. Los geht's! Das Rennen gewinnt Ross Chastain. Herzlichen Glück von Steindorf vor Danny Hamlin. Vor Eric Emi. Ein Elmirola. Dann wird 4. Martin Tuck Jr. vor Bubba Wallace und William Byron. Dann kommt 7. Seal Todd Gilliland vor Chase Elliott. Dann wird 9. Kyle Larson. Und 10. Daniel Suarez. So, das war's vom Nesca Cup Series 2022 Rennen in Michigan. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss keine Bo. Dann nehme ich das Blöckchen, das nicht vergessen ist auf TV. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel und bis deiner guten Welt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.